Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Update aus meiner Lego Harry Potter Welt. Heute geht es natürlich weiter am Schloss. Viele warten schon darauf. Nachdem die große Halle etwas umgebaut wurde, gibt es ein Update zum Vorplatz. Erstmal vielen Dank für die ganzen Kommentare zu der großen Halle. Das hat mich sehr gefreut, dass die dann doch so gut angekommen ist. Soweit dazu. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der kann das genau jetzt mal tun. Dann verpasst ihr auch keine Updates mehr, was das gesamte Schloss hier auf dieser riesigen Fläche angeht. Ich habe ja vor, dort ein großes Schloss zu bauen und die große Halle ist quasi nur der Anfang und es wird viel, viel größer werden. Jede Menge Teile fließen da rein und es wird mehr oder weniger die gesamte Fläche hier einnehmen. Ihr seht schon hier vorne zum Beispiel die Gewächshäuser und so weiter und ich freue mich darauf, da auf jeden Fall was Großes umsetzen zu können. Später würde ich sagen, lohnt sich das dranbleiben, denn es gibt ein kleines Update zur Stadt. Da gibt es später eine kleine Überraschung, die ich dann vielleicht auch schon so integriere, dass ich vielleicht am Schloss auch ein bisschen davon nutzen kann. Ja, das wäre hier und dann habe ich natürlich wieder mal Besuch bekommen und das zeige ich euch jetzt am Anfang, denn der gute Herr wird nachher dann dort hinten in meiner Kartbahn auftauchen. Und ja, es ist kein geringer als der, ja, ich sag mal der Großartige, der Kollege, der baut wirklich grandiose Sachen und auch Szenen. Da sagt man, Mann, das kommt direkt aus Hollywood. Das ist jemand anderes als Jester aus der Brickrock City und wer ihn noch nicht kennt, der gute Kollege baut verschiedene Szenen, sag ich mal, aus diversen Hollywood Filmen in seiner Stadt auf. Und, ähm, das ist teilweise echt grandios, was der da baut. Ähm, er wartet auch auf meine Zigfig, die ist momentan in Produktion. Wer meine haben möchte, kann sich gerne schon mal bei mir melden. Ich habe ja auch schon ein paar bekommen, da werde ich natürlich dann auch dementsprechend an euch noch eine rausschicken. Äh, genau, und unbedingt Jesters Kanal abchecken mit dieser wunderbaren, äh, Zigfig. Und, ja, ich schaue immer gerne bei ihm vorbei, weil man immer wieder was Neues entdeckt. Auch wenn man es schon, ähm, in einem Video mal gesehen hat. Also, ja, schaut bei ihm vorbei, lasst ein Like da und einen lieben Gruß von mir. Und, ähm, in diesem Sinne gibt es jetzt gleich ein Update hier von dem Vorplatz. Und dann werde ich euch noch eine kleine Überraschung zeigen aus der Stadt. Und, ähm, ja, ich hoffe, ihr seid gespannt. Bleibt dran. Bis gleich. Hier das Update vom Vorplatz der Großen Halle. Ähm, ja, ein, zwei Steinchen fehlen mir noch. Hier wollte ich eigentlich gerne noch, ähm, diese Goldbarren drauf machen. Damit das ein bisschen, ja, noch ein bisschen was mehr aussieht. Ähm, vielleicht mache ich auch noch ein paar Pflanzen irgendwann mit dran. Aber, erst mal lasse ich es so. Und ich denke mal, der erste Blick ist gemacht. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich gehe mal ein bisschen rum. Ich zeige euch das mal. Also hier der Eingang-Ausgang zum Bootshaus. Und, ähm, da wird dann natürlich der Weg wieder runterführen. Überall diese Fenster. Außen zwei Bricks hoch. Innen drin, könnt ihr da hinten sehen, ein Brick hoch. Denke ich mal, ist eine ganz gute Kombination. Und hier in der Mitte habe ich jetzt den Ausgang gemacht. Ähm, ja, zur Brücke. Hier schließt es natürlich so schön ab. Und nochmal hier von der anderen Seite. Eigentlich identisch. Und, ähm, ja, falls jetzt jemand sagt, ah, das ist aber nicht genau in der Mitte, das ist richtig. Ähm, hat halt nicht so ganz gepasst mit den, äh, Platten als Unterkonstruktion. Deswegen habe ich auf dieser Seite, äh, zwei mehr. Also zwei Noppen mehr. Aber ich denke mal, das lässt sich alles gut verkraften. Ja, also hier vorne habe ich so einen schönen Eingang nochmal gebaut. Fand ich ganz angenehm. Und, äh, ja, hier, da wollte ich die, ähm, ja, ich sag mal, dieses Dach, was ich vorher hatte, ähm, irgendwie mit einbinden. Und, ähm, ja, habe es halt dann so übernommen als, ja, Innendachabdeckung, wie auch immer. Und, ja, das ist der Vorplatz der großen Halle. Beim nächsten Mal schaue ich mal, wo wir dann weitermachen. Vielleicht geht es dann schon an die Brücke. Ähm, ja, das geht jetzt hier quasi Schlag auf Schlag. Und, äh, ein, eine Sache habe ich euch ja noch versprochen. Es gibt was Besonderes in der Stadt. Und zwar muss ich dafür einmal die Position wechseln. Und zeige euch jetzt, was es Besonderes hier in der Stadt zu sehen gibt. Und zwar, die ersten Laternen stehen hier und leuchten. Natürlich alles nur in gewisser Art und Weise provisorisch. Aktuell vier Laternen erstmal in der Stadt platziert. Und, äh, ja, hier in der Mitte liegt einfach die Powerbank, Kabel rübergezogen. Aber eins, ja, ich glaube, eine Sache habe ich noch. Aber da mache ich jetzt einen kurzen Cut. Und dann melde ich mich sofort wieder. Also, von daher dranbleiben und gespannt sein. Es kommt noch was Großartiges. Bis gleich. Ja, es ist dunkel. Man könnte meinen, da ich das Video an Halloween aufnehme, möchte ich eine besonders gruselige Stimmung erzeugen. Aber das ist nicht der Fall. Denn ich zeige euch die erste Beleuchtung am Schloss. Wahrscheinlich kommt sie noch ein bisschen stark rüber. Ähm, ich muss mir da noch ein bisschen was überlegen. Auch die LEDs, ähm, passen noch nicht so ganz. Zumindest die, äh, hier vorne bei den Lichtern. Aber, in der großen Halle, zum Beispiel, ist auch schon was installiert. Und, das kann sich, denke ich mal, schon ganz gut sehen lassen. Ich mache mal hier die Türe auf und, zack, schön hell beleuchtet. Eine LED hängt da oben und die ganze Halle strahlt. Und natürlich sieht das echt gut aus, wenn die Tür zu ist und man hier dann später im Wasser, sag ich mal, die, äh, ja, Lichtkegel der Fenster sieht. Und, ja, wenn ihr das so mal im Gesamten betrachtet, okay, vielleicht ist das ein bisschen hell hier vorne noch. Aber, wenn das ganze Schloss danach erleuchtet, ist quasi diese gesamte Fläche hier, ähm, beleuchtet. Und, ja, das kann sich dann schon ganz gut sehen lassen, denke ich. Ja, das war's soweit von dem heutigen Update. Ich denke mal, ich habe wieder viel geschafft. Licht ist im Spiel. Und nach und nach soll dann alles natürlich beleuchtet werden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr hiervon haltet. Von dem Vorplatz. Ähm, die Brücke wird dann natürlich irgendwie angebunden. Und irgendwann wird das Ganze dann auch hochgebockt. Aber ich denke mal, dafür werde ich zumindest erst die Brücke und das Gebäude fertig machen. Genauso wie den großen Turm da hinten. Und das Viereck und den Uhrenturm. Und dann werde ich das Ganze erstmal hochbocken. Das heißt, diesen Teil an Gebäuden fertig machen. Dann geht's in die Höhe. Dann kommt Felsarbeiten. Und dann geht's irgendwann hier hinten weiter. Ähm, mit diesem Gebäude, den Gewächshäusern und so weiter. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag. Und, ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.